In diesem PIX RDR Schnipsel Tutorial lernen wir, wie man das Zuschnittwerkzeug in PIX RDR X verwendet. Das Zuschnittwerkzeug finden Sie unter dem Symbol Zuschneiden und Drehen in der Symbolleiste auf der linken Seite. Sie können Ihre eigenen Abmissungen manuell eingeben, die live auf der Leinwand angezeigt werden. Sie können den Schieberegler ausrichten verwenden, um Ihr Bild entsprechend auszurichten. Die Schnellrotationswerkzeuge ermöglichen es Ihnen, das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, sowie horizontal und vertikal zu spiegeln. Das Dual-Auswahlverhältnis ermöglicht es Ihnen, ein vorgegebenes Seitenverhältnis auszuwählen, wie z.B. 1 zu 1 oder 16 zu 9, während der Tabgröße Ihnen die erforderlichen Abmissungen bietet, um Ihr Bild auf einer der beliebten Social-Media-Plattformen zu veröffentlichen. Jetzt, da Sie wissen, wie man das Zuschnittwerkzeug verwendet, viel Spaß beim Erstellen mit Pixel RDR X.